So jetzt folgt Nummer drei, wieder der Viperjet am Start, diesmal in Darmelang, Brandenbäuer, Modellflugtreffen. Ihr braucht noch Vorbereitungszeit, oder wie lange? Anmachen und loslegen. Wollen wir machen mal? Kommt ihr vor? Gucken wir mal rein. Mit Cockpit, alles scale hier. Ja, in wenigen Augenblicken sehen wir, was sie fliegen. Fliegt der Enrico, fliegt sie uns hier mal gekonnt vor. Schöne Überflüge, schöner Rückenflug mal zu sehen. Da ist eine kleine Glühwände drin, die wird sich an die Außenumdrehung, also das ist wirklich recht ordentlich. Ja, die Turbine läuft an. Ja, die Turbine läuft an. Ja, die Turbine, ist wirklich sehr großartig. Ja, das ist wirklich gut. So, jetzt geht's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Du bist ein Fisch, du bist ein Fisch! Bist du, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, wäre nicht schön. Entweder das ist ein Fisch, die ich kein Fisch, ich bleib. Guter gebraucht! Nicht am Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, hinter uns läuft ein Verbrenner schon warm. Wundert euch nicht. Sehr geehrte Gäste, ich war jetzt eben gerade noch mit dem Piloten hier zu Hause. Jetzt finden Sie natürlich wieder ein paar Handinformationen zu dem Enrico-Signal. Das ist ein Wettbewerbsmodell, was auch zu Wettbewerben eingesetzt wird. Mit diesem Modell kann man verschiedene Kunstflugfiguren machen. Das weiß man jetzt noch mal sehen. Es gibt eine Widerfliege. Diese Rollen, sehen Sie, es geht senkrecht nach oben. Die Turbine, die hat so viel Schub. Und je länger der fliegt, desto leichter wird er, desto mehr Schub hat er. Das ist ein Wettbewerbsmodell. Das ist ein Wettbewerbsmodell. Und wenn Sie jetzt mal auf das Modell achten, wer die Gäste, dann sehen Sie, dass das Kader ausgetan ist. Und meistens ist es dann so, dass nach 5 bis 7 Minuten diese Modellturbine den 5-Liter-Tank leer gelutscht hat. Da Sie haben richtig gehört, so eine Modellturbine ist ganz schön durstig. Der Großteil der Piloten hat so einen 5-Liter-Tank drinne und nach ca. 7 Minuten hat diese Turbine den Tank leer gelutscht. Und dann muss er verlangen können. Das sieht sehr schön aus. Maschine langsam machen, aushungern. Und ein Applaus. Gut, 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 gut.